Hallo, hier ist die Manuela von japanischlern.at und heute geht es um Freitag den 13 und zwar wie wird das ganze in Japan gefeiert? Wird das überhaupt in Japan? Also gefeiert, nicht gefeiert, aber kennt man das in Japan überhaupt und wie ist das eigentlich mit japanischem Aberglauben? Ich habe mir hier gleich mal die Jiji mitgebracht, also die schwarze Katze von Kikis Kleinen Lieferservice. Vorab, Japaner haben mit Freitag den 13. eigentlich überhaupt nichts am Hut. Also das heißt jetzt nicht, dass sie nicht abergläubisch sind, aber für die Japaner ist der Freitag und der 13. ja kein Unglückstag. Der Freitag hat ja, warum wir den Freitag den 13. als Unglückstag überhaupt sehen, hat eigentlich sehr viel mit dem Christentum zu tun. Ja, also dass der 13., ich weiß nicht, das war das irgendwie, irgendwie das Christliche ist eben und, aber es ist am Freitag natürlich passiert, am Freitag ist Jesus gestorben. Und das sozusagen diese Kombination macht eben, dass wir irgendwie den Freitag den 13. heute irgendwie glauben, dass irgendwie Schlimmes passieren könnte im Vergleich zu normalen Tagen. In Japan ist das eben nicht so, denn in Japan gilt die Zahl 13 eben nicht als negativ oder als Unglückszahl. Die Unglückszahlen, also japanische Unglückszahlen sind die 4 und ein bisschen auch die 9. Das hat mit der Aussprache zu tun. Die Zahl 4 hat mehrere Möglichkeiten, wenn man sie ausspricht. Vielleicht kennst du yon, das ist die japanische Aussprache und die an das chinesische angelegte Aussprache ist xi. Und xi ist die gleiche Aussprache wie tot. Also xi kann auch heißen tot. Und nachdem das so ähnlich ist, ist es für die Japaner sehr negativ. Die Zahl 9, da geht es auch ein bisschen darum. Die Zahl 9 hat die Lesung kyu und aber auch die andere chinesische Lesung kyu. Und kyu ist im japanischen auch etwas sehr negatives, zum Beispiel kurosuru. Also kurosuru heißt leiden und irgendetwas leiden zum Beispiel. Das ist auch negativ. Das geht in Japan so weit, dass man, wie es bei uns ist, es gibt kein 13, keine 13. Reihe oder es gibt keinen 13. Sitzplatz oder was auch immer, gibt es in Japan keinen vierten Sitzplatz oder es gibt keinen vierten Stock teilweise sozusagen. Das ist dann dann irgendwie, wird dann übersprungen. Also so ist das Ganze in Japan. Was heißt eigentlich Aberglaube auf Japanisch? Naja, das heißt mei xin. Also mei xin ist zweimal die chinesische Lesung. Das mei, das erste Kanji, da haben wir den Reis drinnen und das kann, das ist radikal, das Bewegung anzeigt. Ja, also wenn sich Reis bewegt, das ist jetzt verwirrt irgendwie. Mei bedeutet, etwas ist verwirrt, man ist sich nicht sicher, man wandelt ziellos herum. Die japanische Lesung von dem mei ist nämlich maio, maio, also das ist die neutrale Lesung, maio imas, wäre dann die massform, die höfliche Form. Ja, ein Wort, das mit diesem Kanji auch im Zusammenhang steht, ist das Wort für ein maigo, also ein Kind, das verloren gegangen ist. Ja, also wenn bei uns, keine Ahnung, was mir jetzt gerade einfällt, so am Strand gehen irgendwie Kinder verloren, dann wird ausgerufen, dies und jenes Kind ist bei uns gefunden worden, bitte Eltern, holen Sie es ab oder so. Das ist ein maigo. Das mai ist wieder eine andere Lesung von dem maio und das go kommt von ko für Kind. Wenn man sich verläuft, also wenn man sich verlaufen hat, dann sagt man mizi ni maio, mizi, der Weg, maio, sich verlaufen, sich also eben rumwandern, ziellos, also nicht den richtigen Weg gehen. mizi ni maio, also sozusagen sich verirrt haben, das kann jetzt auch sein, also auch umgelegt auf etwas anderes, also nicht direkt auf Weg, sondern jemand, der auch vom Weg abgekommen ist, also vom rechten Weg abgekommen ist zum Beispiel, der sozusagen da nicht dem rechten Weg sozusagen da entlang geht. mizi ni maio. Und das zweite kanji, das shin von me shin, das kommt von shinjiru. Glauben. Also man glaubt etwas, das das Verwirrung stiftet, also das nicht so ganz stimmt, das nicht dem richtigen Pfad entspricht. Zielloser Glaube. Me shin. So, ich habe jetzt einige rausgesucht, sehr bekannte japanische Aberglaubenstheorien, sage ich jetzt mal. Ich habe das auch mit meinem Mann abgesprochen, weil da gab es eine ganze Liste und ich habe dann meinem Mann gefragt, welche Stimme denn jetzt wirklich, welche sind dir bekannt, weil er hat gemeint, in dieser Liste sind auch viele Dinge drin, die jetzt nur Teile von Japan betreffen, weil sie nicht allgemein bekannt sind. Also die, die ich dir jetzt erzähle, die sind in ganz Japan bekannt. Ich glaube, das bekannteste ist, dass man am Abend sich die Fingernägel nicht schneiden soll. Der Grund dafür ist, dass man angeblich dann sehr schnell stirbt und auf Japanisch nennt es das ist der Satz. Yoru ni. Tzume o kiru to. Oya no shi ni. Me ni aenai. Also Yoru ist der Abend. Am Abend Yoru ni. Tzume, das sind die Fingernägel. Kiru, schneiden. To ist das wenn, also wenn. Und gerade dieses To ist ja ein wenn, das sagt, immer wenn das passiert, dann passiert auch das. Also wenn du dir abends die Fingernägel schneist. Oya no shi ni me ni aenai. Shi, der tote haben wir jetzt schon. Oya no shi, der tote Eltern. Me ni aenai. Also das wirst du nicht erleben, das wirst du nicht sehen. Aenai, nicht treffen können. Also du wirst die Augen, das wird sich nicht treffen mit deinen Augen. Das heißt, du wirst es nicht sehen, du wirst es nicht erleben. Genau, also du wirst schon vorher sterben. Also du wirst vor deinen Eltern sterben. Also bitte schneid dir am Abend nicht die Fingernägel. Das kommt angeblich daher, dass natürlich in Japan früher, das sind natürlich alles alte Dinge. Es ist nicht so, dass die Leute jetzt plötzlich so drauf kommen. Ja, wenn du dir am Abend die Fingernägel schreist dann. Sondern natürlich war es früher so, dass es am Abend dunkel war und da war auch die Verletzungsgefahr einfach größer. Wenn man sich die Fingernägel geschnitten hat. Dann das nächste. Wenn die Krähen schreien, dann stirbt jemand. Karasu ga sawagu to hito ga shine. Sawago ist so ein Aufruhr. Also wenn die Krähen irgendwie so durcheinander fliegen und greifen, dann stirbt jemand. Also hito, eine Person, Mensch, ga shine, shine, sterben. Was haben wir noch? Wenn sich eben bei dir ansteckt, dann wirst du gesund. Das heißt, die Japaner stellen sich das so vor, dass sich die Krankheit von einer Person zur nächsten überträgt. Ja, also das ist natürlich völliger Blödsinn. Kaze wa hito ni utsus to naori. Kaze, die Erkältung. Hito ni utsusu. Utsusu heißt übertragen. Naori heißt gesund werden. Das hat damit natürlich nur zu tun, die Inkubationszeit. Wenn du natürlich krank wirst und jemanden ansteckst, bei der Zeit, wo der sozusagen Krankheitssymptome entwickelt, bist du schon wieder gesund, weil die Zeit vergangen ist. Aber das ist, glaube ich, eben klar. Dann, das ist auch sehr interessant. Wenn man Essig trinkt, dann wird dein Körper weicher oder beweglicher. Su o nomeba. Karada ga yawarakakunaru. Su, also osu, das ist der Essig. Nomeba. Es ist auch in der Wenn-Form, also falls du Essig trinken solltest. Yawarakakunaru. Das ist das Ju von Judo. Das yawarakai. Das ist eine andere Lesung. Karada ja Körper. Ja, keine Ahnung warum und wieso, aber ja. Es ist nur ein Mädchen, ein Superstition. Also ein, ist nicht wirklich wahr. Ja, dann das Nächste. Das ist auch, glaube ich, bei uns sehr bekannt. Also zumindest haben mir, ja, meine Eltern das mal irgendwie erzählt. Also wenn man Traubenkern oder Melonenkerner schluckt, verschluckt, dann kann es sein, dass man eine Blinddarmentzündung, also dass man eine Appendizitis, also ein Wortwörtel, also wie sagt man, im richtigen medizinischen Ausdruck der Appendix. Also ja, also nicht Blinddarm, weil Blinddarm ist ja das Ganze, aber dann der Wurmfortsatz sozusagen. Ja, aber dass man außer Acht. Also Budo, das sind die Trauben, die Weintrauben. Suika, das ist die Wassermelone. No tane, tane die Kerne. Nomikomu, das heißt verschlucken, also nomu heißt nur trinken. Nomikomu, also das Koma heißt ja hinein, dass irgendwas hineingegeben wird oder irgendwo hinein, ja. Nomikomu, verschlucken. Ju Sui Yang, das ist eben die Blinddarmentzündung. Sehr interessant, das Ju, das ist ja das Zeichen für Wurm, also für Insekt. Und N ist die Entzündung, zweimal das Zeichen für Feuer. Ja, also da ist es schon entzunden, zünden. Das macht ja vom Kanji her viel Sinn. Ja, dann, was haben wir noch? Das ist bei uns, naja, naja, ähnlich, vielleicht aber nicht mit der Kuh. Wenn du nach dem Essen sofort schläfst, dann wirst du zu Kuh. Tabe, tabete kara, sugu ni neru to. Na, da stimmt die Leser nicht. Ushi. Ushi ni naru. Also Ushi ist dikku. Also tabete kara, nach dem Essen, sugu, sofort. Also sofort nach dem Essen. Neru to. Das wäre das To, das Wenn. Neru schlafen. Also wenn du sofort nach dem Essen schläfst, wirst du zu Kuh. Bei uns ist das eher so, wenn man sich sofort nach dem Essen hinlegt, dann wird man dick. Oder nimmt man zu. Also wir werden einfach nur dick. In Japan wird man gleich eine ganze Kuh. Das nächste ist auch sehr interessant, weil ich glaube, das ist auch bei uns sehr verbreitet. Wenn du auf einen Bären triffst und dich tot stellst, dann verschont er dich. Also dann läuft er weiter, dann ignoriert er dich. Er glaubt, du bist tot. Aber das stimmt ja nicht, weil Bären essen ja auch tote Tiere. Also Vorsicht, dass du meinen Bären treffen, bitte stell dich nicht tot. Meine Großmutter hat mir immer erzählt, dass man auf einen Baum klettern sollte, weil die Bären nicht auf den Baum klettern können. Aber ich glaube, das stimmt auch nicht. Also auf Japanisch nennt sich das Ganze Kuma ni deattara shinda furio suru to tasukaru. Also auf jemanden treffen, jemanden finden, also jemanden zufällig treffen. Shinda furi. Furi ist so tun als ob. Shinda ist die neutrale Vergangenheitsform von Shino, von Sterben. Shinda furi, so tun als wäre man tot. O suru to, also wenn man das tut. Taskaru, dann ist man gerettet. Also Taskaru, Taskarimasu ist, es wurde mir geholfen. Das verwendet man auch sehr gerne als bedanken. Also wenn jemand einem hilft. Taskata, du hast mir so geholfen. Aber jetzt nicht, weil Taskel heißt helfen. Also ich helfe jemandem. Taskara heißt es dann, mir wird geholfen. Also es ist ja, ja. Also es ist nicht das Passiv, aber Taskara hat die Bedeutung von Passiv in dieser Variante. Dann das nächste kommt sehr oft in Anime vor. Und zwar sehr oft sieht man, die Leute Tee trinken und dann sind da diese Reste vom Tee, also diese Stängel dann drinnen. Und wenn die dann so senkrecht stehen, also von oben nach unten, dann bedeutet das, dass man so ein Glück hat. Auf japanisch. Jani, Jabashira ga tatsu to kofun ga aru. Also Jani, also im Tee. Jabashira, also Hashira, das sind eigentlich die Säulen, also die Tee-Säulen, das sind diese Stängel eben. Tatsu, also wenn die stehen. Das kofun, also das ist das Schia-Wasse zum Beispiel. Und nicht kofun, kouun. Sorry, kouun. Kofun ist was anderes. Kouun ga aru. Also es gibt ja das, also das un, un ga i und un ga warui. Das ist wenn man Glück hat oder wenn man Unglück hat. Und kouun sozusagen ist das wirklich viel Glück hat. Kouun ga aru. Also nochmal richtig. Chani, Jabashira ga tatsu to kouun ga aru. Also gaaru es gibt. Und dann das letzte. Wenn du zu viel Schokolade isst, dann bekommst du Nasenbluten. Ja, mit dem Nasenbluten kommt das ja oft in Anime vor, aber dass jemand durch zu viel Schokolade Nasenbluten bekommt, also ja, weiß ich nicht, ob es da geht. Ich glaube, da gibt es auch keine wissenschaftlichen Beleg dafür. Auf Japanisch nennt sich das Ganze chokore to, tabesugir to, hanachi ga deru. Also hanachi, das ist das Nasenbluten, also hana die Nase, chi das Blut. Ga deru kommt heraus. Chokore to, ja natürlich das japanische Wort für Schokolade. Tabesugiru. Tabe kommt von tabemasu, taberu, essen. Sugiru ist immer etwas zu viel, also tabesugiru, zu viel essen. Zum Beispiel zu viel trinken wir nomisugiru, also die Masuform oder das Masu und das Sugiru dranhängen. Sugiru ist die neutrale Form. Es gibt auch Sugimas für die Masuform. Aber vor dem To muss die neutrale Form stehen. Tabesugiru to, also wenn man zu viel Schokolade isst, hanachi ga deru, dann kommt das Nasenblut raus. Also man blutet aus der Nase, man hat Nasenblut. Ja, also sehr interessant, was diese ganzen Aberglauben, was es in Japan alles gibt. Wo wir wahrscheinlich den Kopf schütteln würden oder auch werden. Oder du wachst das vielleicht jetzt gerade. Aber auf der gleichen Seite schütteln die Habanen den Kopf, wenn wir vom Freitag den 13 sprechen. Es ist einfach kulturell bestimmt. Also ich lege nochmal die ganzen Wörter und Sätze vor und mache Pause dazwischen. und du kannst es gerne nachsprechen. Mä shing. Mä shing. Mä you. Mä you. Ma you. Ma yigo. Michini ma you. Michini ma you. Shinjiru. Shinjiru. Yoru ni. Yoru ni. Tsume o kiru to. Oya no shi ni. Me ni a enay. Vielleicht muss man so abgekürzt. Also nicht den ganzen Satz auf einmal. Yoru ni. Tsume o kiru to. Yoru ni. Tsume o kiru to. Oya no shi ni. Me ni a enay. Oya no shi ni. Me ni a enay. Oya no shi ni. Me ni a enay. Kulis ni. Kulis ni. Kulis ni. 人に移すと治る Vielleicht this is a bit long, but it's so good. 風は人に移す 風は人に移すと治る 風は人に移すと治る 酢を飲めば体が柔らかくなる 酢を飲めば体が柔らかくなる 体が柔らかくなる 葡萄やスイカの種を飲み込むと中水園になる 葡萄やスイカの種を飲み込むと 葡萄やスイカの種を飲み込むと 中水園になる 中水園になる 食べてからすぐに寝ると牛になる 食べてからすぐに 食べてからすぐに 寝ると牛になる 寝ると牛になる クマに出会ったら死んだふりをすると助かる クマに出会ったら死んだふりをすると助かる 助かる 茶に茶柱が立つと 幸運がある 茶に茶柱が立つと 茶柱が立つと 幸運がある チョコレートを食べすぎると鼻が出る チョコレートを食べすぎると鼻血が出る 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 さあ Dann sage ich wieder herzlichen Dank fürs Zuhören Wenn du es noch nicht getan hast, melde dich gerne für meinen Newsletter an unter www.japanischlernen.at マタネ Deine Manuela von japanischlernen.at Miau